BOOM!! Irgendwie riecht beim Mikrofon nach Skiüberlaub. SHLIP, 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 SHLIP! SHLIP, 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 SHLIP! Ja auf jeden Fall. Marvel 64 ist vor allen Dingen Speedruns. Ist auf jeden Fall in mein... Ich glaube ich hab grad mein Parfüm gegessen. BOOM!! DICKER! IH FUCKING LUTCHER! LUTCH DURCH AN, ALTER HUSCH! Kennt ihr das, wenn ihr Durchfall habt, dass eure Eier wehtun? Ähm, ich bin meistens aber der Typ, der gefickt wird. Also... Macht Ching-Tang-Chong, wer es als erstes machen darf. Ching-Tang-Chong! Ich hab... Ich hab Stein! Perfekt, jetzt noch der Controller-Halbleer. Optimal, DICKER! Man! Julia Lutsch! Ein Bonbon. Ich finde, es ist vollkommen normal, wenn man sich Porns reinzieht, wo die Mädchen aussehen, als wären sie zwölf. Gestern auch mit Super Mario 64 angefangen. Und merke erst jetzt, wie gut dein Movement ist. UAAA! Mein dicker Obi-Wan- Ich hab's schon WIDER gekleckert! Ohhh mein Gott. Lis doch mal in einem Heer-Nustheim-Video sein, jetzt ist es soweit. Oh, was? Nee, nee, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du hast mir im Juni viel Glück für meine Ehe gewünscht. Heute Morgen hat meine Frau mich mit einem positiven Schwangerschaftstest geweckt. Au, mein Beileid. Ich musste schon einen Schwangerschaftstest kaufen für meine, weiß ich nicht, 13-jährige Freundin. Das tut uns sehr leid, das bedauere ich, yeah. Können Sie mir bitte einmal den Namen und die Kopfnummer durchsagen? A, ja, E wie Georg, A wie Apfel. Bro, okay, warte, nicht allein machen. Mann, 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 Mann! Och, dicker! Der Abdruck auf meinem Mauspad sieht aus wie ein fliegender Cock. Eww! Boah, Junge, noch nie, wo da irgendwas so... Ich glaub, ich werd die Erste sein, die sich in die Hose pisst, wenn sie da runterspringt. Junge, nice. Also... Nee, nicht dein Ernst. Weil ja auch nur Asiatinnen Sojasauce actually essen. Normale... Oh, okay, bro, he is gone. Sorry. Someone like you, I wish I'm in my business Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter von 0175, alter Maul Oh, Digger, ich dachte, oh mein Gott, Bro, ich dachte, für ne Sekunde ist es wirklich sein Anrufbeantworter Und das ist das Wichtigste Kannst du mal Dormul frei erstellen? Alter, ich dachte gerade, warum war das so hell da rechts von mir Ich versteh nicht, wie man das nicht enjoyen kann Oh mein fucking Gott Das ist das Schlimmste Und Gott, boah, das ist immer noch scheiße Ich esse meine eigene Leiche Och Bro, kann ich bitte den mal neu anfangen, der tilt mich so hart, Jungs Oh mein Oh, Jungs, komm, jetzt nach vorne Aber, Kasala Aber Dali Oh, huge Basti Jawoll No fucking way Shut the fuck Ich hab den oben gerade so gefickt Noch zwei Garage, zwei Garage Man, ich hab den Topik, das ist das Spiel Man, dieses Scheißgame Man, die 50 Föße, Bro, 50 Flames Ich kann nicht mehr Ich hab ein Ulti, aber jetzt mit Ulti rauszugehen, wer fucking smart ist, wie mach ich das Let's go Perfekt Ich meine, im Real Rap, du kannst auch der reichste Mann der Mensch sein und kannst dir nur eine Einzimmerwohnung leisten Kommt halt darauf an, wo du guckst Es ist so dumm Let's go Let's go Ach so Ach so Oh mein Meine mittagspause wird immer von existenzieller Angst unterbrochen Dann Mann, mach halt keine Pause. Wie macht ihr einen Abschluss? Ich katt muss. Mann, guck mal, das ist so fucking einfach. Wie hab ich das denn verkauft, bitte? Oh mein Gott. Löscht euch. Viel Spaß in der Lobby. Ich bin einfach nur mein Notensohn, yeah. Ich bin einfach nur Scheiße. Ausrufezeichen Drop. Trotzdem sieht's nice aus. Loll, dieses... Guck mal, die Musik hier ist so Avengers gewesen. Es war so... Guck mal, das Schlimmste, was passiert ist, dass du stirbst. Bro, das Level ist fucking easy. Haben wir Hunde Ohren? Mann, Dicker. Aber die haben auch ein bisschen übertrieben mit den Intros, yo. Als würden die so ein Triple-A-Game ja anliefern. Ja, und jetzt kommen die... Junge, wie viele Leute daran mitgearbeitet haben. Allein schon zehn Leute. Junge, what the fuck. Bruder, das sind mehr Leute als bei wenigen der Viewerlist. Was? 2017? Vor vier Jahren. Okay, dann war ich da 19. Ne. Wie alt bin ich? 20. Also ich bin 24. Also 20. War ich. Also... Egal, scheiß auf. Wie komm ich da raus? Wie komm ich da raus? Wie komm ich denn da raus? Wie komm ich denn da raus? Mann, wie komm ich denn aus meinem iPad? Mann, Dicker, sie wird nicht hochkommen. Ey, wirklich 50 Euro, wenn sie da ist. Die Realität ist das öfter. Also alle... Sie ist ein Anime Girl. Anime Girl. Offene Shirt. Und trägt ein großen Skirt. Immer... AAAAAAAA. AAAAAAAA. Ich hab über blaue Flecke, seitdem wir Available-Land angefangen haben. Und Mario Kart gespielt haben. Ich hab an meinem Fuß einen richtig fetten blauen Fuß. Wo bist du denn gerade, Kevin? Neben dir. Bin noch nicht in der Lobby. Du... croucht hier neben mir? Nein! Bist du doof, das sind zwei Bastis. Einer winkt und einer croucht die ganze Zeit. Sooo! Ich dachte... Okay, das ist eigentlich von spätet. Dicker, WTF. Ich geh jetzt einfach auf den Start, oder? Nein, als ob du jetzt wirklich geglaubt hast, dass ich... Wait, wha? Ref, Cody, no Fanta, Mango. Ja, ich bin relaxed, ho. Und ich habe Cash-Racks. Schwach, damn. Im Game ist das, glaub ich, ein bisschen... Ich hoffe so sehr, dass ich meinen Kindern... Mann, du dummer Nutten! So, äh, also, dass ich meinen Kindern auch dieselben Werte vermitteln kann. Nee, nee, lass mal. Oh mein Gott! Das sagte einst ein weiser Mann. Ach, fick mein Arsch. First Try. Ronny, wenn du Eier hast, dann schießt du dein Grün nach hinten. Puh, misslich. Alle Munde, Stoff, die Fresse, alle Hunde, alle Hater bluten, Weil ich bin wie Salz in deiner Wunde, kalte Sommer, heiße Winter... Real Talk Chat? Ich würde auch immer einen Ehevertrag machen. Junge, ich arbeite hier hart und dann will die die Hälfte, oder was? I fight my heart and... Ah, fuck, dude! Oh, ist das so stark! Einmal noch, einmal noch. Oh, ist das so stark!